Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Igel. Hä? Igel. Hä? Ich schreibe, was ich will. Ich schreibe, was ich will. Das geht aber nicht. Ich muss den Aufsatz fertig schreiben. Mir doch egal. Ich habe keine Lust, über Igel im Winterschlag zu schreiben. Aber ich muss ihn morgen abgeben. Piratengeschichte, Piratengeschichte. Das geht aber nicht. Komm zurück zum Papier. Nein, ich will nicht. Doch, du willst. Komm schon. Ich habe danach noch Sport. Ich muss fertig werden. Hör mal. Ich lag monatelang in der Schublade im Kaufhaus. Ich habe doch nicht so lange gewartet, um dann Igelgeschichten zu schreiben. Okay, pass auf. Ich schreibe jetzt meine Geschichte und danach deine Geschichte. Deal? Okay, Deal. Komma vergessen. Langweilig. Schreib mal mit Doppel-S. Das stimmt doch gar nicht. Igel, 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 Igel. Stich, Stach, Stechen. Okay, es reicht. Nein, nein. So, jetzt ist Schluss. Ich lasse dich schreiben, was du willst. Oh, cool. Ist das der neue Füller, den Mama besorgt hat? Der Füller ist ... Ja, ist dein neuer Füller. Danke. Danke. Super cool. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.